Willkommen zurück zur Roblox Studio Lern-Serie. Heute geht es mal um den Script-Tab. Ich habe beim letzten Mal sehr viel Feedback von euch bekommen und bin euch sehr dankbar dafür, denn ihr habt mich an viele Dinge erinnert, die ich euch noch zeigen wollte. Einerseits meinte jemand, dass Vector3 noch ganz interessant wäre. Und ja, ich habe Vektoren in der Serie immer verwendet und meinte, darauf gehen wir später noch ein. Werden wir machen. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, wir gehen noch auf Vector3 und auf C-Frames ein. Außerdem müssen wir noch Animationen lernen, das heißt der Treen-Service, aber auch Character-Animations müssen noch in dieser Serie vermittelt werden, weil sonst haben wir nicht genug Knowledge, um ein fertiges Spiel zu machen. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich super lang von mir hergeschoben habe und zwar Debugging. Und darum geht es heute, beziehungsweise heute geht es erstmal um die Einführung ins Debugging und zwar über den Script-Tab. Und das werden wir alles noch machen, bevor wir mit den Data Stores anfangen. Was ist jetzt der Script-Tab und haben wir nicht eigentlich schon alle Tabs gelernt? Und die Antwort darauf ist, nicht wirklich. Wir haben alle Tabs gelernt, die man hier oben sieht. Start, Model, Avatar, Testen, Ansicht und Plugins. Jetzt auf Deutsch übersetzt, damals halt noch auf Englisch. Aber es gibt ganze zwei weitere Tabs, die sich nur in bestimmten Situationen öffnen. Das ist einmal der GUI-Tab oder der Benutzeroberfläche-Tab, auf Deutsch übersetzt, und der Script-Tab. Der Benutzeroberfläche-Tab, den kann ich euch auch einmal ganz kurz zeigen. Wenn man auf Starter-GUI klickt oder irgendwie im Starter-GUI drin ist, öffnet sich hier oben der GUI- oder der Benutzeroberfläche-Tab. Kann man anklicken und da kann man einfach ganz schnell Screen-GUI, Frame und Text-Label hinzufügen. Und dann werden die Sachen ganz schnell einfach eingefügt und man muss halt nicht auf dieses Plus drücken. Das ist alles, was der Tab kann. Man hat einfach nur eine schnellere Oberfläche, um solche Sachen hinzuzufügen. Ganz cool, wenn man so richtig im Flow drin ist, kann man das nutzen. Auf jeden Fall, aber ich hab's jetzt nicht für so notwendig gehalten, um dafür eine extra Folge zu machen. Vor allem mit dieser blöden Übersetzung, was ist denn das? Naja, und genauso, wie sich der GUI-Tab da oben öffnet, wenn man mit GUIs im Starter-GUI arbeitet, öffnet sich auch der Script-Tab, wenn man ein Script ausgewählt hat. Und nicht nur, wenn man es ausgewählt hat, sondern wenn man auch wirklich drin ist. Dafür füge ich zum Server Script Service wieder ein Script hinzu. Dieses Script nenne ich jetzt einfach mal Debugging, weil das ist es, worauf es am Ende hinausläuft, das Debugging. Aber heute werden wir noch nicht debuggen, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wenn wir das Script jetzt geöffnet haben, hier in dem Script-Editor, haben wir oben auch den Script-Tab. Den öffne ich einfach mal mit einem Doppelklick, damit er auch offen bleibt. Und wir sehen hier ein paar Schaltflächen, auf die ich jetzt eingehen werde. Einerseits gibt es Einfügen und das ist einfach nur STRG-V. Wow, ziemlich komisch, aber ja, ihr könnt zum Beispiel TrainTeller World mit STRG-C kopieren oder mit STRG-X ausschneiden und könnt mit STRG-V das wieder einfügen. Das sind eigentlich ganz normale Shortcuts, die man kennt. Aber für Leute, die die Shortcuts nicht kennen, kann man den Spaß auch auswählen und hier oben kopieren, ausschneiden und einfügen. Dann gibt es Navigieren. Zurück und vorwärts. Und das ist ganz cool, damit kann man von einem Script zum nächsten springen. Und zwar das Script, das man zuletzt bearbeitet hat. Bei mir war es in der letzten Folge Matter-Tables. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch ins Table-Script reingehe, hier eine Änderung mache und dann hier oben auf Zurück gehe oder da gibt es einen Shortcut, STRG-Umschalt-Minus für Zurück, blub, bin ich wieder in Debugging drin. Also noch einmal STRG-Umschalt-Minus. Kommt man zurück, ich war jetzt in Matter-Tables drin, aber STRG-Umschalt und Istgleich geht auf deutschen Tastaturen, soweit ich weiß nicht, weil wir keine extra Istgleich-Taste haben. Wenn wir auf die 0 drücken für Istgleich, geht es einfach nicht. Wenn ihr dafür eine Lösung wisst, haut sie gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt keine Lust, alle möglichen Tasten auszuprobieren. Aber was ich euch noch zeigen könnte, STRG-Umschalt und Tab, dann habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen RSL, Tables und Debugging hin und her zu springen, indem ihr Tab drückt. Und dann sagen wir, ich möchte jetzt gerne zu RSL. Und wir sind wieder da. Also alle Scripts, die hier oben geöffnet sind, einfach mit Tab durchcyclen. Jetzt gehe ich zu Debugging. Tab, jetzt gehe ich zu Tables. STRG-Umschalt und Tab. Für die Power-User unter euch, ich werde das niemals benutzen. Naja, gehen wir mal zurück zum Debugging-Skript und machen jetzt weiter. Ich schreibe mal hier, local-zahl istgleich 10, local-string istgleich, hallo, ich mache große Abstände, weil ich das so gewohnt bin. local-function-zahl multiplizieren, in Klammern, zahl ist eine Funktion, die returned, die Zahl mal 2 und print-zahl. So, jetzt haben wir hier irgendein Skript und sagen wir mal, wir wollen in dem Skript jetzt die Stelle finden, an der hallo steht. Dafür könnt ihr STRG und F drücken. Das kennt man auch aus ganz vielen anderen Programmen. STRG und F ist immer für die Suche. Dann geben wir hier hallo ein und er sagt uns, es gibt eine Übereinstimmung für hallo. Wenn wir mehrere hätten, zur nächsten oder zur vorherigen Übereinstellung wechseln. Man kann sagen, Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden. Das heißt, wenn ich hier hallo mit einem kleinen H schreibe und dann die Groß- und Kleinschreibung beachte, gibt es null Übereinstimmungen. Wir akzeptieren auch nur ganze Wörter, kann man machen. Und vor allem können wir Regular Expressions verwenden. Regular Expressions sind ein eigenes Thema für sich selbst. Die sind sehr, 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 sehr powerful. Aber die werde ich in der Serie nicht lehren. Wenn ihr Regular Expressions kennt, dann könnt ihr die hier verwenden. Ist in manchen Situationen, wenn ihr ein riesiges Skript habt, in dem ihr nach was ganz Bestimmten sucht, sehr nützlich. Aber meistens reichen auch die ganz normalen Suchen nach Übereinstimmungen. Dann kann man hier auf diese zwei Pfeile drücken und kann den Text ersetzen. Und das ist das Coole. Man kann suchen und man kann ersetzen. Und wir können jetzt hallo zu hello umändern. Und dann haben wir entweder die Möglichkeit, hier nächstes zu ersetzen. Dann dadurch ersetzt er einfach hallo. Ich suche jetzt auch noch einmal nach hallo und will zu hallo umändern. Oder ich kann alle ersetzen. Dann werden alle Übereinstimmungen ersetzt, was dann auch hallo wieder zu hallo macht. Das ist sehr, sehr nützlich, um halt sehr viele Sachen im Code auf einmal zu ersetzen. Diese ganzen Möglichkeiten habt ihr hier oben auch im Script-Tab. Ihr habt suchen und ihr habt ersetzen. Und wenn wir hier raufklicken, seht ihr suchen, nächstes suchen, vorheriges suchen und dann gibt es noch was. Alle suchen. Dadurch wird das alle suchen und ersetzen Ding hier unten geöffnet. Ich habe das bei mir hier unten schon offen. Das macht genau das Gleiche. Wenn ich hier hallo reinschreibe und dann Enter drücke, seht ihr, wir haben ein Script, in dem hallo drin steht. Aber wir haben bestimmt mehrere Scripts in den Zahl drin steht. Und dann sehen wir, wir haben 13 Ergebnisse in vier verschiedenen Scripts. Und da steht überall Zahl, Zahl, Zahl. Aber steht da auch teilweise Zahl bei Geheimzahl klein. Also kann ich sagen, Großkleinschreibung beachten. Und dann haben wir es tatsächlich nur im Debugging Script drin. Und da können wir auch wieder auf die Pfeile unten und ersetzen und alle ersetzen. Und der ganze Spaß. Super nützliches Tool. Benutze ich häufiger, wenn ich mich mal dazu entscheide, eine Variable umzubenennen. Man kann sich damit aber auch was kaputt machen. Also seid vorsichtig. Dann kommen wir zu Auswählen. Und ich weiß nicht, warum Auswählen hier im Script-Fenster drin ist. Weil wenn wir hier auf Auswählen und auf alle auswählen gehen, dann wählt er hier rechts in unserem Explorer alles aus. Hä? Ich weiß nicht warum. Aber der Shortcut, der hier steht, stimmt. Wir können in unser Script reingehen und hier STRG A drücken und dann wird alles ausgewählt. Außerdem kann man übergeordnete Elemente auswählen, untergeordnete Elemente auswählen, alles erweitern und alles minimieren. Und das sind alles Sachen, die für den Explorer nützlich sind, aber nicht für Scripts. Warum ist das im Script-Type drin? Aber egal, es ist im Script-Type drin. Ja, ihr könnt zum Beispiel hier alles minimieren. Blup. Dann wurde im Workspace jetzt alles zugemacht. Ihr könnt auch alles maximieren oder erweitern. Blup. Dann ist alles aufgeklappt. Aber der Shortcut zum alles erweitern und schließen ist natürlich Shift und dann einfach hier auf den Pfeil klicken und dann ist alles wieder klein. Und dann kommen wir zum Formatieren. Formatieren ist ein sehr mächtiges Werkzeug, um euren Script halt zu formatieren. Ihr seht, ich habe meinen Code immer sehr komisch formatiert. Mit diesen ganzen großen Abständen. Das finden sehr viele hässlich, wie groß ich meine Abstände habe. Ich brauche das aber persönlich für mich. Und wenn ihr dann mal mit einem Script von jemand anderem arbeitet, welches so große Abstände habt, könnt ihr das formatieren. Das einzige Problem ist, wenn ich das jetzt auswähle und Alt-Steuerung F alles formatiere, dann rückt er bei mir nur das hier ein. Das liegt an meinen Formatierungseinstellungen. Wenn ich auf Datei, dann auf Studio-Einstellungen und dann auf Script-Editor gehe, gibt es hier alle möglichen Einstellungen. Ihr könnt zum Beispiel die Schriftart in euren Scripts ändern. Ihr könnt die Tab-Breite ändern. Bei mir sind es sechs Leerzeichen, standardmäßig, für einen Tab. Also Tab, wenn ihr über Caps Lock Tab drückt, für dieses Einrücken. Ihr könnt Einzug mit Leerzeichen aktivieren, dass ihr Leerzeichen drückt und dann wird halt so ein Einzug gemacht. Ihr könnt euch mit diesem Haken all eure Tabs anzeigen lassen und all eure Leerzeichen anzeigen lassen. Finde ich nicht sehr schön, aber kann man machen. Ihr könnt über die letzte Zeile hinaus scrollen oder ihr könnt es deaktivieren. Ihr könnt sogar Lineale hinzufügen. Das wäre für das, was ich mache zum Beispiel, ganz praktisch. Zum Beispiel sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Leerzeichen es sind, wenn ich bis dahin gehe, aber sagen wir einfach mal 100 Leerzeichen, bub, das ist zu weit. Dann sagen wir einfach mal 70, bub. Dann haben wir hier einfach so ein Lineal und daran könnte ich mich dann orientieren für meine Tab-Stop-Abstände. Ihr könnt euren Code nach Typ formatieren. Also wenn ihr den Code schreibt, wird er automatisch formatiert. Wenn ihr zum Beispiel Enter drückt, wird es automatisch eingerückt. Könnt ihr auch ausschalten. Genauso beim Copy-Pasten könnt ihr Code automatisch formatieren oder es ausschalten. Und eure automatische Einzugsregel auf relativ absolut oder ausschalten. Probiert euch einfach aus, was euch am liebsten gefällt. Und es gibt halt super viele Einstellungen, was das Thema Formatieren angeht. Und je nachdem, was ihr hier einstellt, wird unterschiedlich formatiert. Hier unten könnt ihr übrigens auch noch die Farben von den ganzen Keywords ändern, aber ich lasse immer die Standardfarben drin, weil warum auch nicht. Und jetzt, wo ich dieses Lineal habe, kann ich zum Beispiel mit Alt die zwei Leerzeichen testen machen und ich sehe, ah, so ein Mist, das ist nicht richtig. Studio-Einstellungen, 70 war falsch, sagen wir 73, ne, sagen wir 72. Das ist es, yeah. Aber ich muss allgemein sagen, das Auswahl-Formatieren-Ding hier ist echt eine Enttäuschung. In anderen Code-Editoren kann man richtig viele Sachen einstellen. In Roblox Studio eher sehr wenig. Wenn ihr euren Code richtig formatiert haben wollt, nehmt den am besten raus, packt ihn in Visual Studio Code rein, formatiert ihn da und dann packt ihn in Roblox Studio wieder zurück. Dann kommt Spielen. Da kann man ganz normal playtesten. Man kann ja auch unten weder auf hier spielen oder auf Run gehen, um einfach nur den Code auszuführen, ohne einen Charakter zu spawnen. Kennt man eigentlich schon. Dann haben wir, wenn wir spielen, Skripte anhalten, Skripte fortsetzen und stoppen. Das ist halt nützlich, um Sachen zu testen. Und dann kommen wir zum Debugger. Aufs Debugging werden wir in der nächsten Folge eingehen. Dementsprechend gehe ich noch nicht so stark hier drauf ein, aber an sich ist das hier für Breakpoints, um, wenn man an einem Breakpoint ist, zum nächsten Breakpoint zu gehen oder in das nächste Scope hinein oder aus dem Scope wieder heraus zu gehen. Dann haben wir Debugfehler. Standardmäßig steht hier nie. Dann gibt es bei allen Ausnahmen und bei nicht behandelten Ausnahmen. Und das ist einfach dafür da, dass automatisch, wenn ihr euer Spiel testet, das Spiel angehalten wird, wenn es halt irgendwelche Fehler gibt und ihr euch die Fehler dann anschauen könnt. Werden wir auch in der nächsten Folge darauf eingehen. Und dann kommen wir zu den Aktionen. Und diese ganzen Aktionen, das sind auch Aktionen, die beim Debugging auftauchen. Also ihr seht, das hier ist alles sehr Debugging-lastig. Führen wir mal in unserem Code, Zahl multiplizieren, aber mit dem String aus. Das sollte ja einen Fehler ausgeben und danach printen wir einfach auch einfach mal den String. Wenn wir jetzt auf bei allen Ausnahmen gehen oder auch bei nicht behandelten Ausnahmen, das macht keinen Unterschied, dann sollte der Debugger anspringen, sobald wir einen Fehler haben. Der Unterschied ist übrigens, bei allen Ausnahmen bedeutet, bei jedem Fehler wird angehalten und bei nicht behandelten heißt es, alle Fehler, die in P-Calls drin stecken, ignoriert werden. Und was P-Calls sind, wisst ihr auch noch gar nicht. Haha. So, wir starten einfach mal und wir sehen hier Ausnahmefehler. Es ist direkt hier hingesprungen, als ich auf Start gedrückt habe. Debugging, Zeile 5. Dann steht hier auch noch der Fehler. Auf Fehler werden wir auch noch eingehen. Das sind alles Shortcuts fürs Debuggen später. Ich kann den Spaß ja auch schließen. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, dass ich die Skripte fortsetzen möchte. Ich habe aber auch die Möglichkeit, jetzt hier was anzupassen und zu sagen, du bist im Testmodus. Allfällige Änderungen gehen verloren. Das ist ein Übersetzungsfehler. Sobald du auf Stoppen drückst, dann sage ich okay. Dann sage ich dann, if type Zahl is not like number, then return Zahl end. Dann wird die Zahl einfach so returned. Kann mir den Spaß hier kopieren. Und dann habe ich hier die Aktion Skript neu laden. Ein Skript neu laden, nachdem es geändert wurde, während es läuft. Klicke ich rauf, Skript wird neu geladen und ich gehe auf Skripte fortsetzen. Und das Skript läuft jetzt einfach weiter. Pff, jetzt habe ich hier den nächsten Fehler. Chat-Skript, was sollte das? Aber was ich sagen wollte, ist, das Skript hier läuft jetzt einfach weiter, ohne den Fehler erneut auszugeben. Das Problem dabei, wenn man jetzt playtestet, vor allem mit einem Client an Bord, dann Error manche Skripts einfach nur, weil man die ganze Zeit pausiert, weil viele Skripts nicht darauf ausgelegt sind, pausiert und später nochmal neu gestartet zu werden. Ich gehe wieder auf Skripte fortsetzen und wir sind ganz normal im Playtest drin und der Fehler kam nicht mehr. Was aber gekommen ist, ist der Print von unserem String. Das heißt, das hat funktioniert. Erst kam der Print von der Zahl, dann kam der Fehler, wir haben den Fehler behoben und dann kam der Print von der Zahl nochmal, weil das Skript nochmal neu gestartet hat. So kann man einfach testen, ob es durchläuft. Jetzt gehe ich auf Stoppen. Die Toolbox ist verrutscht. Das ist so ein typischer Roblox-Studio-Fehler, dass der Kram hier immer zur Seite rutscht. Überwachung mache ich mal wieder zu, damit ich das hier nach unten ziehen kann. Wir gehen in Debugging rein und sehen, dass meine Änderungen verloren gegangen sind. Aber ich habe sie ja mit STRG-C kopiert, kann hier hingehen und sie mit STRG-V wieder einsetzen und dann haben wir unseren Fehler gefunden. Und dann gibt es hier noch andere Aktionen, die zum Beispiel für Steam-Crate da sind, wobei ich den Unterschied zwischen Committen und Änderungen einwenden nicht kenne und gehe zu Script-Fehler, ist halt um den Fehler aufzurufen, wenn man ihn gerade nicht aufgerufen hat. Dann kommen wir zu den letzten Sachen, Kommentar umschalten. Habe ich euch schon mal gezeigt, wenn ihr irgendwas auswählt und STRG-Slash drückt, kommt ein Kommentar und genauso könnt ihr hier auch Kommentar umschalten klicken. Ihr könnt alle Falten erweitern oder ihr könnt alle Falten minimieren. Ihr seht hier, ist neben so einer Funktion immer so ein kleiner Pfeil, mit dem ihr klein und groß machen könnt. Ihr könnt auch alles minimieren oder alles erweitern. Und erweitern ist mit STRG-E und minimieren ist mit STRG-Umschalt-E. Also STRG-Umschalt-E funktioniert bei mir nicht, weil ich ein anderes Programm auf dem PC habe, welches den Shortcut einfach für sich beansprucht. Naja. In der nächsten Folge werden wir dann anfangen mit dem Debugging-Tools und wir werden auch noch lernen, was diese Fehler-Codes wirklich bedeuten, worauf man achten muss. Und dann geht es weiter mit Data-Types wie Vector3 und C-Frame. Wenn wir den Fehler nicht mehr haben, kann ich ja jetzt wieder auf Playtest gehen. Dann kann ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn die nächste Folge schon draußen ist, ist sie jetzt eingeblendet. Wenn nicht, dann ist die letzte Folge eingeblendet. Das war's mit dem Video. Bis dann und Tschau!